ADD – Ich hatte grad so Angst, dass der Gräber hier reinkommt man Ja, so urbestriger Ohne Ansage Ja ja Instant down Du hörst ja dann würde ich tschüss sagen und das war's mit der Menge Dann sollen die Leute selber ja alles erspielen Weil wir zu viert da drin standen weißt du Instant alle daumen Da hat mir hier noch einen Doktor nie gegönnt Jungs jetzt gib mir hier diesen Effekt Achtung weg da bitte Bitte weg da Pascal danke Oh nein jetzt wird's weg Oh hat nicht geklappt der da Vorführeffekt Jetzt aber jetzt aber Boah Sind deine Haare auch Vorführeffekt? Ich dachte so ist jetzt rausgepiept Jungs Alter was habt ihr denn mit meinen Haaren Das ist alles ganz normal Welche Haare? Ich spring gegen den Trosten Vorbei oder ne? Du kannst hier nur gegen den Trosten springen Guck mal mach's selber komm Alter wie er mich auslacht Man landet immer mehr dem Trosten Ey wir verschwenden gerade Zeit Jungs Lass mal tönen Achso wir Ich kiste ne? Ok wir müssen eh Ja wir müssen Stink sie man Ja töten 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 Ups Achso für alle die es jetzt äh doch noch Ich hab Gärschiss Wissen wollen hier ist der Schädel Also hier findet man den Schädel Hier ist doch der Hacker gerade Voll Disco ja ich hab den Hacker genommen und ich ersticke nicht Das ist bestimmt ein Bug Aber der Doktor nicht das Digga Achja stimmt aber man verschickt trotzdem Das ist nur so ein Anzeigefehler Jungs ich brauch schnell ne Maske Und wir treffen uns beim Beidom ja? Ja Dennis hat Gärsch das hab ich gehört Ja Wo find ich ne Maske da ist? Hier leider oder? Naja links Links Mal aufsetzen die Maske Ach ich hat sie schon auf Boah Dennis gleich am Gärschneider Is easy Is easy Nice Treff 35 FPS Ich krieg dat nicht uff hier Ich krieg und jetzt ist da oben diese Kacke angezeigt Ich möchte Übertragung sehen Und ich kann Steam nicht öffnen Oh Ja das nächste Mal bin ich schlauer sorry Das da oben jetzt so ne Anzeige ist Und dann möchte jemand aus meiner Steam FL Möchte meine Übertragung haben Oh naja Beim nächsten Mal bin ich schlauer und mach Steam Aber auch Ehhh Ehhh Ich bin schon voll ab hier Die Tollplanade Guck mal Oha Jungs ich brauch gleich was Kacke abnehmen Oh das hat schon geduld Jungs ich sorg schonmal für etwas vor Nein ich wies was Mit dem Hacker geht das gut Ja hier wird gehasert Das ist ja nicht mehr normal Ja wenn schon alles Alles offen ist Brauchstherrn Kannst du nicht Warum nicht Ja denn Spoiler Doch Ne Ne Ganz Wohler Nein Weil wir eh drauf gehen werden mit der Zeit Warum nicht Ja denn Spoiler Ne 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 Ach quatsch So jetzt Jetzt haben wir's Jetzt haben wir's Jetzt haben wir's was FESican Getäuscht Aber jetzt knif ich aber Ich hab' Ach ich hab' Ach ich hab' Ach Gott! Ich hab' schnall hintereinander schlagen ne Geht nicht Also Ballistikknife und die Fäuste zusammen ringen nix Das seken wir auf Origin Jensen, Malistic Mave, ne? Doch. Oder? Doch, ja. Ich glaub nicht. Ja, aber es hat auch nix gemacht. Ja, ich glaub nicht, dass man nicht unten spielen kann, alter. Ach doch, kann ich ja beim Portal. Warte, ich bin komplett leer, Jungs. Wenn das U-Boot kommt, das hat gepiept, irgendwo ist es auf der Map. Ah, juckt ja nicht, wollen wir hier nicht. Irgendwo sollte es hier sein. Also es piept immer, wenn das U-Boot hier ist irgendwo. Kann auch sein, dass es gerade am anderen Ausgang angeflogen ist. Ich glaub es piept, wenn es eine komplette Runde gedreht hat. Ja, ist es. Wir müssen einfach so einen Startpunkt zerfinden. Jetzt fliegt es nach, zu mir, von der anderen Richtung. Ne, es dreht doch gleich weg, war? Ne, kommt diesmal von der anderen Seite, das hab ich auch noch nicht gesehen. Na, ich könnte jetzt reinspringen, mach ich aber nicht. Ich will ja nicht punchen. Ich glaube aber rein, wo ist es denn? Na, jetzt schon zu spät, andere Seite wärs gewesen. Lass mich mal bitte dran passen, Martin, ich hab Null, wirklich. Ja, wir alle wollen machen Dinger. Ja, aber ich bin komplett auf Null. Das machst du auch nicht besser. Oh Faisal, ich geh in den Baldom mit Pascal, wir teilen uns das. Hab ich gehört. Ihr habt ja nochmal ein bisschen Hilfe. Ne, 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 ne. Ah ok. Der hat schon Gersh geworben, hat schon gehört. Gersh? Du hast auch Gersh, das behältest. Pascal, Martin, oh Gott, Martin, ich müssen Quantums nehmen. Martin. Einer reicht. Einer reicht. Martin, hast du... Ich hab, ich hab doch hier... Ey, hast du die jetzt gesehen Pascal? Ich bedauere. Wie geil hast du das das erste Mal gesehen? Das sind die Hunter-Killer-Drohnen, Digga. Nein. Ja. Revived nicht einer bis jetzt. Ja, wir kommen hin. Wo bist du? Vorbei, oder? Ist Dennis nicht bei dir? Ne, ich war bei mir aus Schüsse. Ja, ich war bei mir aus Schüsse. Ja, ich war bei mir aus Schüsse. Da war ein Quantums, Alter. Vielleicht besser, dass du sie nicht hast. Vielleicht ist es besser, Digga. Martin war los, drei Downs, Alter. Wollt ihr nicht kratzen? Wurde zwei Downs. Erstmal wollte es uns zeigen, dass man nach dem Hedge-Punk nicht boxen kann. Drei Mal, ne? Hä? Nix. Wo ist der? Oh Gott, oder was? Weißer. Oha. Oha. Also ich hab keinen Gärschiff mehr. Warum nicht? Achso, ja, du hast nicht weggegeben. Nein, nein. Jetzt, Tio, warte, nicht töten. Ich will die Hunter ausprobieren. Oha. 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 Na gut, jetzt hab ich direkt auf die Zubis geworfen. Ja, kannst du bei dir doch? Voll geil. Ey, ich bin so froh. Oh, ich brauch kein Roller, ne? Ne, Alter, gleich spielen hier. Das ist doch richtig. Guck mal, wie hoch die Raufspieler werden. Das wird immer schwieriger. Ich hab schon jetzt Angst vor diesem Einschreck. Oh, ich sag's schon. Ich sag's nicht. Ich sag's nicht. Nun dieser Einschreck, Alter. Ich hab also zwei Schritte. Nee, der eine, der ist nicht schön. Da können wir einen am Leben lassen. Ja. Da können wir ja auch, ne? Haben wir ja auch. Ey, der andere ist auch. Der andere ist auch da. Das sehen wir dann hier. Das ist echt geil so schwer. Mh. Ah, Digga. Letztes Mal auch Runde 24 oder so. Ach, ich sollte wieder zu euch gehen, Alter. Sonst spawnen hier so scheiße. Hier ist nicht vorbei, meine Damen und Herren. Ey, es kommt mir vor, Alter, als ob hier viel, viel mehr Funde spawnen ist. Bei einem regulären Zombie-Modus. Das ist auf jeden Fall. Ist so, ne? Runde 15. Das liegt, glaube ich, aber daran, dass wir zu fließen, Digga. Ah, aber sonst kommen bei vier Spielern auch nicht, glaube ich, so viele Zombies. Oh, doch, doch. Ist hier echt extrem. Ist der Kirste? Naja, aber geh unter der Runde an die Kiste, Digga. Ja, das macht gut. Ich hab noch nicht. Oh, heißen Appang. Ich hab noch schneller, das ist schneller Nachladen-Cola. Das schneller Nachladen-Cola. Das schneller Nachladen-Cola. Die schneller Nachladen-Cola. Ich hab noch Clay-Moss gewöhnt. Action-Jacks? Ja, hab ich. Ich hab Clay-Moss. Ey, Jungs, es ist wirklich so, dass wenn man auf die Füße boxt, dass, ähm, dass man zweimal boxen muss. Den boxe ich mal den Kopf. Okay. So, meine Haka ist gleich leer und ich hab nur Ballistik. Hast du Quantums? Jo. Nice, Alter, nur ich hab nix. Toll. Martin, aber verkackst diesmal nicht, oder? Ich hab Hunter Killer Drohnen. Jungs übrigens hat man davon. Oh, man wirft die sofort, oh mein Gott. Ich dachte, man muss die noch aktivieren. Was ist gedroppt? Dankeschön. Ich wollte gerade an die Box gehen. Gott sei Dank, Alter. Ey, jetzt könnte mal ein Gräber kommen, Alter. Ja, und jetzt lasst alle in Bay-Dom sein. Oder vorn in Bay-Dom. Ja, ich bin in Bay-Dom. Sind ich pass auf. Aber vor dem wär ganz wohl. Wieso denn? Eben. Dann die, dann wir Passpons noch. Kann man hier auch flopper? Mit Effekt, ne? Ich hab's vermissen. 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 Hat schon einer in die Wave-Gun, ne? Ah, ah. Jetzt spoilerst ihr schon wieder, Mensch. Das ist doch nicht schlimm, Alter. Da sind kleiner. Die brauchen sie. Nee, brauchen wir nicht, sag ich. Die brauchen sie. Die brauchen sie. Die brauchen sie. Cool. Ich hab in der CD. Ja. Mach ab. Hätte ich aber auch so gewusst. Ja. Oh, nice Muni. Einer sagt mit 3 Downs. Sagt einer zu mir mit 2 Downs. Ah, ne, ich hab auch einen. Ja. Ich hab ja auch einen. Scheiße. Eigene von uns. Boah, das FPS-Drops. Digger, komm mal zum Mund lieber, Alter. Hab die FPS-Drops? Ich nicht. Ja, Digger, die stehen gerade vor 4 Gershes. Hab ich auch gesagt, Muni, Alter. Ja, hab wir beide gesagt. Ich zuhöre, ich, Alter. Gibt das ja? Ja, ich mein ich. Alter, nicht mehr hinter mir, Alter. Ich hab auch eingepreist, geklöne. Ja, deswegen hab ich aber so geschrien. Da hab ich letztens bei Speedcooler gemacht, Alter. Da ist... Göttlich. Achso, übrigens, man kann hier nur 4 Perks kaufen. 4 Gershke. Oh, die kommen ja auch von unten. Ja. 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 Ja, ich hab keinen Bock mehr. Oh, lach doch nach, ey. Ich hab immer diesen Nach- Oh, meine Augen rein. Ich hab immer diesen Nach-Lade-Effekt. Ob du schon nachladen hast. Also die Animation. Ey, wieso kommt denn kein Gräber jetzt, ey? Dann könnte ich mal wieder kommen. Oh, wirklich? Ich hab's heute richtig gekommen. Bein, wenn er falsch kommt, Mann. Man ist das heute nicht. Aber irgendwann kommt er nicht hin. Irgendwann. Ich hab keine Ruhe mehr. Das ist genau so. Ich hab keine Ruhe mehr. Letzten gleich, wa? Oder? Locker die Letzten. Locker die Letzten. Locker die Letzten. Easy die Letzten. Wo sind die Letzten? Irgendwo sind die Letzten. Seid ihr schon wieder irgendwie verteilt oder so? Der ist schon mal grad Speedcooler. Aber ich hab AKU-Moni. Könnte echt mal eine zweite Waffe gebrochen oder mir eine Wandwaffe punchen und die dann hacken, dass die Muni günstig werden. Egal, tötet ruhig, Junge. Die Haker regelt noch. Sagst du, jetzt kommt ein Locker, äh, Gräber? Ich schloper jetzt hier die ganze Zeit, naja. Ich hoffe das. Denk jetzt kommen die Tücher. Jawohl. Er ist der richtige. Nein. Oder? Biodome. Biodome. Oh mein Gott. Wie hast du das gehört? Biodome. Biodome. Epsilon? Ja. Ist das noch nicht Biodome? Doch, ist Biodome. Doch, Epsilon ist Biodome. Hat sie auch extra gesagt, Biodome. Also, Jungs, nehmt alle von euch einen Hacker und hackt das Ding weg. Oder wollen wir alle gemeinsam? Am besten alle gemeinsam, oder? Meinst du? Ja. Oder bis zum Ende der Runde spielen, meinst du, wir schaffen das? Boah, ich glaub nicht, die Runden gehen nicht so lange. Oh, Hütten. Ich brauch gleich mal immer. Auf jeden Fall. Also, ich bin schon am Anfangsrauben, ich hab keinen Hacker. Ja, super. Ah, das ist super was geil. Ja, ich bin da gesprungen mit dem Dings hier. Stopp, äh, hier. Hacker-Punch-Ding. Ich schau mal, ich hab einen Hacker eben schnell. Dann spring ich mit dem Gärschuss da durch. Rating. Excavator Epsilon will cause Decompression of Biodome. Das ist keine Randwaffe im Biodome, wa? Ah, ah. Ah, die Fäuste sind auf Instagram. Wo? Bei Instagram. Ach, bei Instagram. Da muss ich fangen, da muss ich fangen. Da muss ich fangen. Da muss ich fangen. Oh mein Gott, Dennis. Ist jetzt vorbei. Soll mal. Mess, ich hätte noch mal gehen können, aber egal. Galil ist schon ganz gut. Martin! Nein. Ich hab nichts. Wo? Hä? Alles klar über euch? Habt ihr Gärschuss? Nee. Ich bin im Biodome. Ich wollte es tatsächlich niemals schaffen. Ich bin da, wo der Hacker ist. Wo der Hacker ist? Ja. Bei der Kiste. Du musst einfach aus dem Biodome raus. Und dann, äh, rechts. Nö, 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 nö. Oha. 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 Sorry, mate. Warte. Oder war das hier raus? Nee. Digga, ich müsste durchs Gebäude durchlaufen. Ich hab nicht Gärschuss und so alles. Ich war bei ihm, aber es ist für Flüsam, wie es... Oha, Dennis ist angepisst. Aber Dennis hat einen Vorteil. Du kannst rauchen gehen, Digga. Ha, stimmt. Ja, siehst du, er ist doch alles positiv. Und was hattest du? Hattest du die Gärschuss oder hattest du die Kaltans? Ja, ich hatte Gärschuss. Das ist nicht so. Die haben viele. ne, so Pastellert, Alter ja, wie kannst du da eigentlich zugucken? äh, Ico ok so, bis gleich bis gleich ja, das machen wir gleich am Ende der Runde, Dinger der kommt jetzt, 6 Sekunden, oder? oh Gott ja, 60 Sekunden hast du noch ja, GG, der Fall ist 2 und ist weg ja, das wäre nicht schlimm wo ist der Hacker? ähm, auf der Seite von Eselstritt oh Gott, Dennis war hier drinnen gestorben, Alter das hätte ich auch geschafft nein, ich werde sterben wo bist du, wo bist du? bei dem Hacker ah, ich hab's geschafft wo ist denn das? oh mein Gott wir werden die Kuppel weg kaputt gehen, Jungs ich werde nicht sterben weg kaputt gehen ja, wir wissen du von welcher Seite kommt zu uns na, wir wissen du ich bin nicht draußen, da hast du mir zu krass aber echt du kannst es nur mit dir auch schaffen äh, schaffen ne, Digga, ich bin anfallsrum gerade ich hab keine Ahnung, wo ich hin muss ich hab keine Ahnung, wo ich hin muss ich hab keine zu wenig drei Sekunden reichen nicht aber wir müssen den eh wieder auswecken ach du, lass mal in meinem Leben, lass mal in meinem Leben ich hab den Hacker ich hab den Hacker den hab ich nicht oh mein Gott, er gräbt mich er hat das Helplastwein am Leben oh Gott, ich find ihn nicht ich mach mal einen Corona Scheiße, Alter er gräbt jetzt hier ein Loch in die Station hier wär der Hacker gewesen, ne? ja, ich muss eh aushacken ey, du hast den letzten getötet ohne Sender ach, das war der letzte ja, Mann sorry ey, jetzt kommst du mit ja, ja ich hab zwar keine Waffen, aber kann man trotzdem in den Biodom rein oder nicht? ich hab' dann lassen Oh geil, sicher Islander wo's denn jetzt, Jungs? ähh, weiß nicht er wird sterben ja, wo, oder nicht so viel ich hab' dann... ich hab' dann ... ich hab' dann und ich hab' dann... Ich hab' dann... ja, er wird sterben Aber er wird sterben, glaub' ich ja, er wird sterben ja, er wird schaden Bruse? Er kriegt nichts mit dem, wo wir gespornten sind. Er kriegt es schon draußen, da wo wir gespornten sind, er wird schaden. Er hat die Viecher gerade wieder. Jungs, ich hab keine Uhr, Alter. Die Viecher gerade wieder. Komm, ich komm, ich komm. Ja, sollen wir den Reader benennen? Ja, gleich. Nicht jetzt. Dann steht er gleich nochmal. Naja, stimmt. War nicht so ausgedrückt. Martin ist schuld, der hat den letzten getötet. Jungs, ich fett... Ich krieg das hier nicht hin alleine. Ich bin direkt bei dir, Digga. Ja, mit Taser, die Box. Jungs, die wetzt nicht schaffen. Ah. Was wirst du nicht schaffen? Oh Gott, er ist auch da oben Wir haben eigentlich auch 12 Ja, ja, heilt der da auf der Seite los Musst du boxen, Läger Warte, warte, warte Bis Martin, bis ich ihn hab Das wird wieder sterben Ja, dann ist das halt so Muss halt eine Runde aussetzen Also noch eine Runde Wo geht's am besten Irgendwohin, wo man hin sollte Äh, bei der Dammstein Bis hier nicht gut zu sein Hat einer krasse Waffen? Ja, ich hab einen, ich werfe den Gerst Ja, bitte Und dann hier runter Sicher, da? Ja Okay Da hab ich keine Maske auf Ich hab den GK in der Hand Ja, ich hab den GK Seid ihr alle noch hinter mir? Ja Wenn wir jetzt geportet worden wären Wenn wir, äh, dann wären wir tot gewesen Oh Gott, hier geht's den Kankfilms Ihr müsst da links laufen Und ich erstecke Werfen wir gerne schnell, bitte Falsch Ich werde erstecke Oh Gott Ich werde dich direkt wieder beleben Ich muss mir ne Maske nehmen Das musst du eh, Digga Es ist keine Luft bei dir Habt ihr Sinn bekommen? Nee, haben wir nicht Danke Digga, wir haben dich auch wieder belebt Vielleicht haben wir ja bestimmt Ja, ja, tut es leid Martin hat den letzten gefüllt und war wohl keine Absicht Ist ja nicht schlimm Ist ja nicht schlimm Sind ja, sind ja keine Legit-Affekt Vielleicht Ja Hast du es geweisen? Ja Wir können Proof sehen, ja? Mhm, passt Hast du Keine Ahnung, ist das in beiden noch sicher da? Ja, ey Hinter dir Ich mach's, doch Okay Also ich komm dann wieder rein Aha Ey, jetzt müssen wir auch noch auf den richtigen Gräber warten Boah, ist die Box grad hier? Jungs, da will ich auch einmal rein Geht jetzt ins der Clip Ja, geht gut Ich nehm da noch Moni Ich wollte sie nicht mehr Eigentlich muss ich nicht ran, Jungs Also wenn ihr Scheiße habt, dann gebt ihr mal lieber Weil ich hab ne Valir noch auf der K Weil ich hab Ich hab Voll gute Waffen, Digga Ich hab gerne auch mal eine Läger Mag zwei haben gepuncht, da K.O. Oh, das pumpte, Alter Ja, muss sein, Digga, weiß ja Ja Aber für was du gebrochen bist, wir sind immer noch nicht Das stimmt, was mir wird selber noch nicht Also wir wissen, was so teuer ist, aber wir wissen nicht, was da passiert Also auf das jetzt Entweder so würde ich mir halt nicht Ja, 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 und du bist jetzt ganz leise, ja, Digga Echt, Gamehaut auch, wo ist einer? Pfff Ich hab sogar schlechten Lab Nein, Quatsch Richtig nice, Mörder Ich weiß mir halt wirklich schon nicht, was es ist Jungs, ich muss gleich mal für kleine Mädels Das ist doch scheiße Aber meins für kleine Glatzen Nein, jetzt hab ich ne Kanten drauf Pass auf, Jungs Ich bin clinician Ich bin gradient Und jetzt hab ich noch nie Bis zum Beispiel Du belie Linkedin Aber mich ¿ ocur�로? Ich war nicht Das waren Germany gonna